heute im test für euch der knallteppich vom panda mit 2000 schuss dabei ist auch püro maniac der kann ja kurz mal hallo sagen jo leute hallo ja der 2000 schuss ist 4,5 meter lang 4,05 auf jeden fall und ich würde sagen wir zünden jetzt einfach so viel spaß und zum schluss gibt es wie immer von püro maniac ein aber es gibt ja nicht zum wegtreten ich hoffe ich jetzt geheilt dar da 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 Untertitelung des ZDF, 2020